Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Es ist schon Donnerstag und die Woche ist so schnell an mir vorbeigezogen und ich habe total noch nicht die Möglichkeit gehabt, mit euch über die Kamera zu sprechen. Ich habe mich gerade fertig gemacht und ein Video gefilmt, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Und das solltet ihr natürlich auch schon gesehen haben. Ich verlinke es euch aber nochmal unten in der Infobox. Das sind meine Favoriten für den Monat Mai, weil wir haben jetzt, oh mein Gott, schon Juni. Es ist unglaublich. Bisher war der Tag heute recht unspektakulär. Ich musste noch ein Videoprojekt fertig schneiden. Damit war ich auch Anfang der Woche relativ beschäftigt. Das war nicht für meinen Kanal, sondern ein Rezepte-Video. Ich mache ja viel so Food-Videos und so. Und ja, das macht mir total viel Spaß, aber es ist auch sehr time-consuming. Und außerdem hat mein lieber, lieber kleiner Neffe heute Geburtstag. Deswegen habe ich heute Morgen erstmal mit meiner Schwester gefacetimed und dann nochmal mit der ganzen Familie und Happy Birthday gesungen und so weiter. Und ich denke auch nachher gibt es nochmal eine FaceTime-Session mit Geschenke auspacken. Also voller Terminkalender. Ihr kennt meinen Neffen und meine, ja, meine Family ja so ein bisschen aus meinen letzten Deutschland-Vlogs. Und ja, das ist total süß. Und ich wäre ganz gerne jetzt auch wieder dabei. Aber das war jetzt leider so kurzfristig nicht möglich, weil ich ja erst vor ein, zwei Wochen, vor zwei Wochen, ja, bei der Familie war. Aber ja, ansonsten werde ich jetzt gleich mal meine Sachen zusammenpacken und dann geht es mal los in die Stadt. Ich werde mich jetzt ein bisschen in einem Café, glaube ich, zum Video schneiden und arbeiten, positionieren, weil mir hier zu Hause ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Und da nehme ich euch natürlich gerne mit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg nach Hause. Ich war jetzt in einem sehr kleinen, gemütlichen Café namens Nanas, heißt es glaube ich, ich verlinke es euch auch unten in der Infobox, ein bisschen zu arbeiten. Und ich bin sehr, sehr weit gekommen. Allerdings musste ich jetzt ganz schnell gehen, weil ich gemerkt habe, dass ich das Internet und ja den WLAN-Saft nicht allen anderen Gästen klauen kann, indem ich dann auch noch mein Video hochlade. Ja, und deswegen mache ich mich jetzt ganz, ganz schnell auf nach Hause, damit ihr das auch noch heute Abend zu sehen bekommt. Ich bin nun wieder zu Hause angekommen und ich habe so extrem Hunger. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen, koche so ein bisschen auch vor, aber werde das auf jeden Fall auch gleich essen müssen, weil ich einfach heute noch so wenig gegessen habe. Und zwar eine Linden-Suppe. Ich zeige euch das diesmal so, dass ihr ein bisschen besser sehen könnt, wie ich es mache. Und ich habe das Rezept auch schon auf dem Blog, deswegen verlinke ich euch das auf jeden Fall auch unten in der Infobox. Die ist sehr lecker. So, als erstes braucht ihr ein Teil Linsen, also je nachdem wie viele wollt, zum Beispiel ein Becher voll. Und das mischt ihr dann danach mit zwei Teilen Wasser, aber erstmal die Linsen sehr gut abwaschen. Das ist ganz wichtig. So, ein Teil der Linsen gewaschen und schon ein Teil Wasser und der zweite kommt gleich. So, Nummero zwei. Dann das Ganze erstmal aufkochen lassen. Und dann kommt noch Kokosmilch dazu und dann eigentlich nur noch Gewürze. Und das war dann so quasi das Basic-Rezept. Dann kann man das natürlich noch nach Lust und Laune aufpeppen. Da schauen wir gleich mal, was wir noch alles machen. An Gewürzen tue ich vor allem neben Salz und Pfeffer und eventuell so ein ganz bisschen Gemüsebrühe vor allem folgendes rein. Kurkuma mit etwas Cayenne-Pfeffer. Ganz wichtig, dass das zusammen gut funktioniert. Etwas Zimt, entweder so oder eventuell auch als Zimtstange. Dann etwas Gara-Masala oder Curry. Macht vielleicht auch so eine kleine Mischung aus beidem. Und ein paar Kardamon-Kapseln. Die sollte man aber nicht unbedingt mitessen, sondern dann beim Essen quasi darauf achten, dass man die dann rausfischt. Ja, und das ist eine ganz, ganz leckere Mischung. Hm, guckt euch das mal an. Das beschrägt jetzt schon meine Kamera. Weil es jetzt auch gleich schon Zeit wird, Hubsala, für die Kokosnussmilch. Aber schaut euch mal diesen Gewürzcocktail an. Und ich habe gerade hier überall mächtig rumgesaut. Huch. Noch ein paar Karotten reinmachen oder sich so ein kleines Curry-Gemüse dazu machen. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr leckere und vor allem auch sehr schnelle Angelegenheit, werdet ihr gleich sehen. Es dauert gar nicht lange. Die Linsen müssen dann komplett andicken. Und dann habt ihr eine ganz dickflüssige Suppe. Das ist echt so ein ganz klassisches Linsendart. Total lecker. Und wie ihr seht, auch vegan und super, super schnell und einfach. Ich habe jetzt beschlossen, noch das Intro und das Outro für ein weiteres Video zu drehen. Nämlich vermutlich für das am Samstag oder nächsten Donnerstag, je nachdem. Und zwar will ich nochmal ein Food Diary machen. Einfach, weil es mir gerade so viel Spaß in der Küche macht. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich lasse alles so, wie es ist. Habe nur diese zwei Strähnchen hier aufgemacht. Und ich habe mir eben noch den Pulli hier drüber gezogen von H&M, den ich schon ewig habe. Und die Kette ist auch von H&M. Und habe einfach noch einen anderen Lippenstift drauf gemacht. Und zwar ist der von Chanel. Ich zeige ihn euch gleich auch nach dem Video. Also nachdem ich das Video gedreht habe. Und das ist so ein ganz lang anhaltender Matter. Und ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, in dem Licht hier seht ihr das ein bisschen besser. Also, ja. Ein alter Favorit mal wieder ausgepackt. Und jetzt, ihr seht es schon, werde ich mich dem Film etwas widmen. Kurzer Pitstop in der Küche, dann zeige ich euch den Lippenstift. Hm, wenn ihr das riechen könntet. Aber echt schön, wie ich das ganze Kurkuma und Curry hier drumherum auch verteilt habe. Das passiert manchmal, wenn man filmt und nebenbei kocht oder irgendwas macht. Dann guckt man irgendwie immer mit einer leicht verschobenen Optik. Hier haben wir die Lippenstifte. Und ich habe eben gewählt, ich glaube, den hier. So, genau. Rouge Allure Velvet 34. La Raffinette ist es, glaube ich. Ja, nee. La Raffinette. Ich glaube, den anderen gibt es auch. Ich habe nämlich einige davon. Und ihr könnt hier sehen, das ist so ein... Wie soll man die Farbe beschreiben? Es ist ein orangiges Rot, würde ich sagen. Ein nicht zu sehr intensives. Und bitte nicht auf meinen Nagellack achten. Da habe ich mich nach dem Lackieren quasi drauf schlafen gelegt. Sehr intelligent. Der ist so orange-rot, aber eher so ein bisschen zurückhaltend. Also keine so mega krass, wow-intensive Tomatenfarbe, sondern eben so ein bisschen zurückgenommen. Und ich finde, es kann sehr, sehr cool zu so einem gold-gelblichen Augen-Make-up aussehen, wie ich es eben heute trage. Aber es ist auch sehr herbstlich irgendwie. Ich werde jetzt erst mal zu Ende kochen und dann mir auf jeden Fall was zu essen gönnen. Ganz wichtig. Dann muss ich jetzt noch das Video gleich freischalten, dass ihr das dann auch hoffentlich endlich sehen könnt. Und werde dann auch ein bisschen E-Mails abarbeiten und etwas an dem Hörbuch für meinen Neffen arbeiten. Das muss ich nämlich auch ganz dringend machen, weil da fehlt noch die neue Folge. Bin wieder mal sehr spät dran. Und ja, dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch. So, das Dampfkrebs ist noch ein ganz kleines Update. Ich habe hier noch ein bisschen Gemüse dazu gemacht. Das werde ich nachher noch in die Suppe reingeben. Und zwar Karotten, Sellerie und Schalotten. Und Zentilsamen habe ich da noch mit reingemacht. Und der braune Reis ist auch fast fertig. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. So, die Zeit geht so langsam ins Land und ich arbeite gerade an ein paar Illustrationen für ein neues Projekt. Dazu wie gesagt später oder irgendwann mal mehr. Und ansonsten läuft gerade im Hintergrund ziemlich laut die Waschmaschine. Deswegen habe ich das Vlog auch bisher eher gelassen. Mein Video ist endlich live. Und ansonsten mache ich jetzt noch weiter. Sind Pancakes, ganz süß. Und ich überlege gleich noch laufen zu gehen. So, eine Seite ist mal fertig. Ich bin gerade noch so ein bisschen im Übungsmodus. Deswegen das zweite ist ein C. Leider war dann der E-Strich schon dran. Da habe ich... Sieht sehr lustig aus. Aber wie gesagt, das sind gerade so Übungsblätter, die ich quasi mache. Deswegen werden noch einige folgen. Und ja, jetzt, meine Lieben, mache ich mich eventuell echt noch auf. Das Wetter sieht nicht so toll aus. Aber hilft ja alles nichts. Das Wetter sieht nicht so toll aus. Ich bin jetzt gerade vom Laufen wiedergekommen und gönne mir jetzt einen kleinen Snack. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Ich werde den Vlog jetzt an der Stelle auch beenden, weil heute passiert nichts mehr Spannendes. Eventuell verbringe ich jetzt nämlich einfach den restlichen Abend damit, den Vlog-Tag schon mal zu schneiden. Und die Küche auch zu räumen, weil hier sieht es ganz schön schlimm aus. Ja. Und dann sehen wir uns aber ziemlich sicher morgen oder übermorgen wieder. Bis dahin. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren... Wieso kündige ich das so super offiziell an? Hallo, willkommen zu einem weiteren Vlog-Tag. Heute ist Samstag. Es wird ein sehr wochenendlastiger Weekly Vlog, weil einfach nicht so arg viel passiert ist. Und auch heute Morgen war ich erstmal damit beschäftigt, das neue Video online zu stellen. Ich habe einen Food Diary gedreht. Ich verlinke euch das auch unten in der Infobox. Und habe lecker gefrühstückt. Und das habe ich euch jetzt aber nicht gezeigt, weil ich nochmal genau das gleiche gegessen habe wie in dem Food Diary, weil es so lecker war. Eine Pina Colada Smoothie Bowl. Und jetzt habe ich mich gerade schon schick gemacht, wie ihr seht. Und gleich geht es in die Stadt, weil wir ein ganz aufregendes Video drehen werden. Und da nehme ich euch auch diesmal etwas mehr mit. Ich bin schon ganz gespannt, was ich euch zeigen kann. Leider ist das Wetter mal wieder in totaler Londoner Manier nicht so wunder gut. Wundergut? Wunderschön. Und ich hoffe aber, dass es mit dem Gewitter noch ein bisschen auf sich warten lässt, weil wir echt dringend anfangen müssen, ein paar Szenen dafür zu drehen, weil ich auch morgen dann nochmal dafür komplett irgendwie den ganzen Tag aufwenden werde. Und irgendwann muss das Ding dann ja auch mal fertig werden. Es geht zum einen um Outfits. Ihr könnt auch gerade schon sehen, ich habe heute auch etwas ganz Cooles an. Und deswegen werde ich, glaube ich, bei den Outfits, die ich für das Shooting anhebe, diesmal diese nicht in der Infobox aufführen, weil ihr noch dann auf das Video warten müsst, wo die dann drin sind. Aber es dauert nicht mehr lange, deswegen keine Angst. Ich will euch nicht großartig teasen. Und wenn ihr in die Kommentare irgendwas total unbedingt wissen wollt, und fragt, dann werde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall dann darauf antworten. Ich will ja niemanden zu lange auf die Folter spannen. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt packe ich mal meine Sachen zusammen und dann geht es auch gleich schon los. Ich packe gerade die Sachen für den Videodreh zusammen und das sieht irgendwie aus wie für einen Spielnachmittag von einem vierjährigen Kind. Aber es wird eine ganze Menge Spaß machen, das könnt ihr mir glauben. Eine weitere Outfit-Option. So, jetzt noch ein bisschen Erwachsen-Spielzeug, das muss ja auch sein. So, den ganzen Tag nichts gevloggt, weil absolut keine Zeit gehabt und total Hunger. Und jetzt wohlverdient. Wie sind die Pommes? Sehr lecker. Willst du jetzt deinen Burger mal testen? Ja. Und? Ist gut? Sehr gut. Ich bin gerade zur Tür hereingekommen und ich bin super k.o. Ich habe als allererstes mal meine Haare zusammen gemacht. Und ja, der Dreh war total super. Allerdings war es mega stressig, wie jedes Mal. Also es ist einfach immer so ein bisschen... Klar, man nimmt sich dann so viel vor, man hat so wenig Zeit und überhaupt... Aber es hat sehr gut geklappt und wir haben draußen gefilmt. Und witzigerweise war die erste Location da, wo wahrscheinlich gestern die Sommerparty oder Sommerfest von Style Haul war. Also dem quasi Pendant zu Magnolia von Gleam hier in England. Ja, ganz lustig. Da hingen noch überall die Schilder davon. Ich war so hoch. Mal gucken, wer hier um die Ecke kommt. Aber leider niemanden gespottet. Und ja, der Dreh war super. Ich habe jetzt nur noch einen Wunsch und zwar... Ich habe ja auch eine ganz schlimme Verbrennungswunde. Also mein einziger Wunsch gerade ist einfach nur noch mich abzuschminken. Das ganze Make-up runterzunehmen. Und mich ein bisschen zu entspannen mit Jimmy. Vielleicht ein paar Videos schauen. Und dann natürlich das Material zu sichten. Da bin ich auch sehr gespannt. Und ich würde sagen, Spannendes wartet heute nicht mehr. Deswegen verabschiede ich mich, solange ich noch einigermaßen schön aussehe von euch. Und ich nehme euch auf jeden Fall morgen nochmal mit. Weil mal schauen, was morgen noch so ansteht. Da werde ich auch nochmal drehen. Aber vielleicht schaffe ich es dann ein bisschen, routinierter die Kamera auch rauszuholen. Aber diesmal hätte es einfach noch zu mehr Stress geführt. Und einfach unsere Zeit noch mehr verknappt. Deswegen, ja. Dann bis morgen. Gute Nacht. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog-Tag. Es ist Sonntagvormittag. Ich bin auf dem Weg in die Stadt mal wieder für den Dreh. Deswegen auch gewappnet mit dem Kimono und den entsprechenden Klamotten. Und es ist heute endlich mal ein bisschen sonniger. Das ist natürlich sehr gut. Zum einen fürs Video und zum anderen auch für den allgemeinen Stimmungszustand. Was ich euch allerdings gestehen muss, ist, dass ich total Lust auf einen No-Make-Up-Sunday gehabt hätte. Und deswegen jetzt ein bisschen, naja, ich sag mal, nicht traurig bin. Aber irgendwie hatte ich nicht so Lust, mich fertig zu machen. Aber gut. Ja. Und dann gucken wir mal, was der sonnige Tag heute so mit sich bringt. Ich muss noch schnell die Fahnspeise festhalten, bevor sie ganz weg ist, weil sie der Oberhammer ist. Und die Kokosnüsse. Kokosnuss. Perfekt. Bei dem bitte. So, wir haben den Punkt unserer Peinlichkeit erreicht. Wir filmen schamlos im British Museum und vloggen die Weihnachten. Weiß ich nicht, aber ich hab gesagt, wir sind schamlos feinlich. Okay, bye. Und ich an jetzt. Okay, bye. Bye. Bis dann. Ich bin jetzt auch auf dem Heimweg. Es ist immer noch total schön sonnig. Mal gucken. Irgendwie bin ich heute auch total lechig und kaputt. Typischer Sonntag. Und ja, der Drieb war aber doch ganz erfolgreich. Das war lustig, dass wir geschafft haben. War auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut und ganz coole Bilder. Ja, und dann fahr ich jetzt mal nach Hause. Es ist verrückt, wie die Stadt immer so zum Leben erweckt wird, sobald es hier mal ein bisschen sonniger ist. Ich glaube, die Blüten sind es einfach nicht gewöhnt sonst. Und freuen sich alle noch viel mehr als zum Beispiel bei uns in Deutschland, wenn die Sonne daran rauskommt. Und dann sind echt die ganzen Parks voll. Das ist echt eigentlich ganz cool. Und ja, so eine ganz fröhliche, schöne Atmosphäre. Könnt ihr das sehen, da ist so ein kleines Hochzeitsshooting im Gange. Und genau an der Stelle haben wir gestern für unser Video gedreht. Und mir ist es ja selber immer so peinlich, wenn wir Fotos machen oder Videos drehen. Heute auch mal wieder. Und da kann ich mir nur ganz gut vorstellen, wie es den zwei gerade gehen muss. Aber ja, sie machen einen ganz guten Job. Also ich bin neidisch. Ich wünschte, ich könnte das so gut. Nun ja, jetzt gehe ich aber wirklich nach Hause. Ich bin neidisch. So, kleines Behind-the-Scenes. Ich versuche eine Timelapse zu filmen. Die Sonne geht gerade unter. Ja. Und wir schauen mal, wie das so klappt. Vermutlich nicht so gut. Beim letzten Mal hat es zumindest nicht geklappt. Wieder zu Hause angekommen. Ich habe jetzt ein bisschen noch was gearbeitet. Die Videodateien gesichtet. Und das war super witzig. Ich habe einen Teil davon auf Snapchat hochgeladen. Eventuell könnt ihr den noch angucken, wenn das Video online geht. Also schaut da mal vorbei. Und wie gesagt, die Timelapse-Action hier, hier, ich bin im Weg, ist im vollen Gange. Mal gucken, ob es was wird. Vermutlich nicht. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Claship machen, weil die Wohnung sieht katastrophal aus. Ich zeige es euch mal kurz. Filming-Chaos, allgemeines Chaos. Da drüben liegen die ganzen Klamotten, die ich für den Videodreh gebraucht habe. Und ja, nicht so schön. Und das werde ich jetzt mal beseitigen, damit ich dann irgendwie eine gute, frische Woche starten kann am Morgen. Und ich denke, ich möchte mich nachher nochmal kurz. Ich glaube, wir wollen heute Abend noch ein bisschen entspannen. Uns irgendwie ein paar besommerliche Drinks mixen. Und ja, aber es ist auch schon jetzt kurz vor halb neun. Also so viel vom Abend bleibt dann auch nicht mehr übrig. Und ja, dann bereite ich mal die Wohnung vor, dass die wieder in einem einigermaßen schönen Zustand ist. Ich habe gerade nochmal meine ganzen Pinsel gewaschen. Ich habe hier auch noch einen kleinen Tipp für euch. Das ist ein altes T-Shirt von mir. Und zwar habe ich so viele T-Shirts irgendwie, die ich so schlafi-mäßig anziehe. Aber wo dann irgendwie doch schon mal Flecken drauf sind, die gar nicht mehr rausgehen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, mich dann immer von denen zu trennen. Und die in so Putzlappen oder ja, so wie ich das jetzt hier eben benutze. So als Unterlage zum Trocknen für die Pinsel. Ich schneide die dann einfach alle so auf. Und ja, weil irgendwie ist das Leben dann doch auch zu kurz, um andauernd immer noch T-Shirts mit Schokopulling-Flecken anzuhaben, oder? Sorry erstmal für eventuell schlechte Lichtverhältnisse. Es ist eigentlich schon fast dunkel draußen. Das ist jetzt hier nur mit dem Gegenlicht. Sieht es total hell aus. Das ist aber gar nicht. Und ich habe mich jetzt kurz hier, wie ihr seht, in meinen Sportdress begeben. Ich habe gerade eben das neue Video von Naomi Smart angeschaut. Eine Weekend-Workout-Routine hochgeladen. Das fand ich total inspirierend. Und weil ich gerade irgendwie so ein bisschen down und kaputt und fertig war, habe ich dann als spontan beschlossen, doch noch Sport zu machen am Wochenende. Ich habe eigentlich, ich habe wirklich schon genug Sport gemacht die Woche. Da liegt es jetzt wirklich nicht. Aber irgendwie fühlt man sich danach. Also ich fühle mich danach zumindest irgendwie immer besser. Und es ist ein sehr motivierendes Gefühl, dass man dann irgendwas geschafft hat, sich nochmal aufgerafft hat. Ja, und das mache ich jetzt noch. Aber ich gehe erst kurz eine kleine Runde mit Jimmy. Ganz bequem laufen. Also wirklich langsam. Weil, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, mit ihm richtig joggen gehen kann. Ich kann momentan leider nicht mehr. Und dann werde ich entweder noch ein bisschen selber eine richtige Runde drehen. Oder das Workout-Programm machen. Oder ein Teil des Workout-Programms, was sie in ihrem Video vorgestellt hat. Das fand ich nämlich echt total gut. Und jetzt bin ich total unscharf. Das ist dieses Problem mit dieser Kamera, von dem alle sprechen. Dass sie nach einer Weile mit dem Autofokus aufhört zu funktionieren. Nun denn, ja. Dann mache ich mich jetzt mal auf nach draußen, bevor es komplett dunkel ist. Bis gleich. So, der Drink wurde mir gerade kredenzt sozusagen. Vielen Dank dafür. Und wir gucken jetzt den aktuellen Tatort aus Berlin. Und essen noch ein bisschen was. Und dann gehen wir auch ganz, ganz schnell ins Bett. Und ja, das war es dann mit dem Weekly-Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich verlinke euch wie immer die Weekly-Vlog-Playlist. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dann!